hallöchen popöchen willkommen auf meinem kanal mein name ist meko und wir spielen heute wieder story of seasons meine freunde und wir arbeiten uns voran wir arbeiten uns voran das wollte nämlich nicht die kann es verkaufen wir müssen jetzt noch hier die sachen ließen denn ich glaube einmal wächst noch alles nachkommen und scheiß ich habe gedruckt gehalten können gedruckt gehalten gekönnen und die dies kann würde ich upgraden aber geht natürlich heute wieder nicht weil natürlich wieder donnerstag ist kein glück warum schreibt mich jetzt heute also heute ist echt der wurm drin ich kriege so viele nachrichten aber auch von euch also schreiben wir teilweise zwei follower die meine private nummer haben und schreiben wir dann auch zum gestrigen video von spider-man sehr putzig ab die hühner begleiten natürlich dürfte ja auch raus wir gehen weiter holz suchen weil wir wollen ja die werkzeuge ja auch noch abreden irgendwann in diesem jahrhundert wir dann haben wir das wir brauchen insgesamt 7500 gold für das upgrade des hauses was auch wichtig sein wird denn wir wollen ja wir wollen ja dass das haus endlich eine küche kriegt damit wir kochen können aber gold werkzeug ist jetzt auch wichtig deswegen brauchen wir da 3000 das werden also insgesamt 10500 steine können wir jetzt schon zerkloppen da haben wir jetzt nicht das problem steine die das werkzeug vom hammer also den hammer selber haben wir jetzt schon so oft abgegradet da haben wir gar kein problem mit gar kein problem so einmal chillen 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 vanillen ich wollte eigentlich nur ins inventar ich wollte die sachen hier bewegen und ich glaube eine küche ist einfach deswegen wichtig damit wir uns geiles essen machen können damit wir geiles essen mit in die mine nehmen können ich glaube dass das halt einfach wichtig kommen wir mal schneller fällig hier ich lasse mich jetzt hier abreden ein bisschen aufbauen weil ich gucken will kann ich die schon stufe drei wir kommen da vorbei ich weiß nicht wo es hinführt aber wir kommen vorbei ich habe auch noch nicht rausgefunden wo ich nachher kriege wo sind wir hier ich hätte sie nicht holz haben oder so ne hier ist einfach gar nichts lol ich wurde verarscht freunde mir wurde verarscht so da war einfach nichts das ist ja wohl mit oder wie sehe ich das das ist stufe 5 alter stufe 5 stufe 5 stufe 5 oh krass ist aber weiter gewachsen sehe ich gerade stufe 3 den kriegen wir kaputt wieder ein stein weniger so plan lass uns ins bett gehen wir können auch verkaufen für morgen weg damit aber eigentlich wollte ich ja geht halt jetzt noch nicht ich wollte es eigentlich aufbewahren aber geht ja nicht so wir hätten jetzt das ach so das haus selber kostet ja auch nochmal 3000 fällt mir gerade ein also nicht nur das haus für 1700 äh 7500 auch noch die 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 hütte kostet noch ein 3000 ne drei miller hier ja 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 schwede aber habe ich doch gedacht hier kommen noch ein paar göttchen raus wo soll es sein da oben glaube ich kommt auch nochmal was vor dem letzten ich glaube danach brauche ich nicht mehr gießen wie viele tage hat der monat können wir mal eben gucken drei tage noch ich glaube nicht dass da noch was kommt wo ist das fährt jetzt denn hier plätze oh ihr macht mich irre ehrlich hier alles ja ich hab ja ja ich hab ja ich ich habe Du machst mich gaga, wo bist du? Wo ist das kalt, bitte, jetzt hin, ey. Da. Oh ja, guck mal, die Sichel ist jetzt fertig abgegradet. Für Kupfer. So, und da nochmal. So. Ich habe Post. Neues Produkt im Gemischtwarenladen. Jetzt verfügbar große Tasche. Hast du zu viel zu schleppen, hol dir eine große Tasche. So einfach ist das. Oh. Was willst du dafür haben? Mach mich nicht, äh, Nachrichten. So, ich würde gerne meine Gießkanne abraden, mein Freund. Ich hätte gerne die Goldgießkanne, wie ein Tag. Okay. Da bin ich dabei. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie gierig der da oben im Gemischtwarenladen ist. Ich glaube, der hat freitags zu, ne? War das nicht so? Samstags? Willkommen. Na, wenn das nicht Mako ist, bist du hier, um ein paar Einkäufe zu erledigen? Mhm. Na gut, nimm dir ruhig Zeit. Danke. Findest du nur, wonach du suchst, sag einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Du bist noch neu auf der Farm, nicht wahr? Es ist sehr schwierig, sich zu entscheiden, womit man anfangen soll. Du wirst Samen für deine Nutzpflanzen und dein Viehfutter benötigen, ganz zu schweigen von den Werkzeugen, um sie zu sehen. Es gibt unendlich viele Dinge, die gekauft und getan werden müssen. Ist das, ist bisher alles klar? Alles bestens. Danke. Oh, scheint als lege dir das Farmleben mehr, als ich angenommen hätte. Na gut. Wenn es irgendwas gibt, das ich für dich tun kann, lass es mich wissen, ja? Danke. Tresen. Dienstags und sonntags geschlossen. Hä? Was soll das? Bediene mich gefällig, siehe, du Kürbenkopf. Öl, Weizen, bla, 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 bla. Oh, große Tasche, 5.000. 12 Werkzeuge, so viel gibt es doch gar nicht. So bin ich verwirrt. Also ihr habt keinen Nutzen dafür jetzt gerade. Ich habe keinen Platzmangel. 5.000. Stolzer Price. Ich wollte mal in den Park gehen, in diesen komischen. Was ist denn hier? Vielleicht liegt hier noch was, was man wegkloppen kann? Aber auch nicht, ne? Dum, padin, padin, padin. So. Wir kloppen hier mal alles weg. Ne, das geht leider nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir da hin. Auf zu heulen. Oh, Eiermeier. Mit dem Holz wird noch ein Witz. Ja, danke, 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 bewege dich, mach weiter. Schon Stufe 5. Den schaffe ich noch, ne? Kann ich mir heute. Aber ja. Gut. Alle Hühner glücklich, alle Tiere glücklich. Ich gepennen. Wobei, eigentlich muss ich noch Holz hacken. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Ein Küken. Ähm. Spandau. Asuna ist einfach Spandau, ist mir egal. Sehr schön, wir brauchen gar nichts zu spießen, Leute. So, wir gehen Plötze kuscheln. Und wir gehen. so ja na ja das haben wir jetzt gehen noch plötze kuscheln und dann ist auch alles gut sehr schön guck mal so schnell geht das alles jetzt bringen wir noch die steine weg jetzt habe ich das hühnerfutter momentan behalten naja auch nicht schlimm er müsste jetzt mein werkzeug fertig haben gleich aber er hat noch nicht offen wir sind zu schnell wir sind zu schnell was sagt ihr dazu dankeschön ich möchte ein werkzeug verbessern ich kann jetzt die hachse ist immer noch nicht aber die sichel die geht schon so wir haben jetzt eine schöne gießkanne hier wollten jetzt sogar noch ein bisschen pipi darin gelassen der alte mann einfach drei felder damit verstehst du holz haben noch ein bisschen hoffen dass wir was finden auf jeden fall ist immer komisch wenn es regnet das musik dann weg ist das schon irgendwie merkwürdig wo kriege ich denn die angel her ich bin so doof ich meine es doch auf den boden man so ein müll ist aufgehoben ich habe nicht aufgehoben habe ich die nicht kaputt gemacht komm her Afe ich sag dich sieht aus wie ein rindes stück holz und hier ist jetzt auch nichts hä den habt ihr auch weg gemacht also die kommen immer wieder neu so kannst du halt stein und so bekommen was die frage ist was bringt stein vielleicht bringt das was schon geguckt ob man das verkaufen kann wenn das was bringt gelte ich nicht ja auf zu heilen wenn das was bringt dann könnten wir damit noch ein bisschen was dazu verdienen weil die sind jetzt dann auch wieder da tatsächlich okay dann hat es nur sinn gehabt das freizuschalten da kann ja mal gucken was so ein holz und stein bringt 30 aber schon ja schon 300 bei so einem rundgang um sich definitiv was dazu verdienen so dann pennen wir noch mal es bleibt regnerlich morgen mit jan sterzig für dich habe ich auch was zu essen kalle und spannender ja ich muss noch was essen kleiner kackvogel schön jetzt gehen wir da machen wir jetzt noch nichts dann wächst du eigentlich einer du bist ja ewig klein so drei eier weg damit trofälen meister hühner halter du hast diese trofäle verdient weil du mindestens vier hühner besitzt wir haben sieben uhr ich kann nichts machen ich könnte jetzt wieder steine zu kloppen gehen der schirm wenn ich mal holz kloppen könnte gestern war ein fehler aber sonst hier liegt ja immer nur eins rum wie will man das upgraden wie will man da leveln wenn man immer nur ein holz zerkloppen kann wäre schön wenn die mal so zehn liegen würden könnte man wenigstens rumrennen und wüsste was man tut und kloppt die kaputt und julis jetzt auch nur nach dem holz kommen ist aber jetzt nichts anderes auf da la 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 die da du da die da da dass man ja auch diese fähigkeit nicht benutzen kann ne Und schalte das frei Um es dann nicht nutzen zu können Was auch einfach beknackt hochhundert Juhu Können wir jetzt schon zu Gold machen Können wir also gleich Gold mitnehmen Dann sind wir wieder 3000 quid Aber Es braucht immer noch genauso viel Ausdauer Da kannst du mir erzählen, was du willst Gleich hier alles umgegraben Willst du mich eigentlich verarschen oder was Also kann das nur unter so einem Stein noch sein oder was Das ist aber wohl ein Witz Das habe ich nicht gedacht, dass das so passieren kann Aber ja Logisch Ja mein Gott Diese Animation Habt ihr das selber gespielt, das Spiel Hat euch das nicht genervt Liebe Entwickler Ging euch das nicht auf die Nüsse Also mir schon ziemlich So Dann holen wir uns mal unser Goldwerkzeug Und versichere Vielen Dank Dankeschön Das haben wir uns dann morgen wieder So Hey Tut mir leid, dass ich so früh stören muss Wir veranstalten morgen unser großes Frisbee Fest Frisbee Fest Morgen um 10 Uhr am Strand statt Haben wir jetzt Frühling oder Sommer Immer noch Frühling Der letzte Tag im Frühling Wie gesagt, die wachsen eh nicht mehr Jetzt ist das aber hier krass gegeben Was kann die jetzt? Was kann die jetzt? Drei Felder Okay Falls ich mir aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen drei Felder wegkloppen will So Haben wir das auch erledigt? Ein Ei Noch ein Ei Noch ein Ei Wenn ihr mal nicht so ineinander kleben würdet Könnte ich euch auch vernünftig füttern So 22 Säcke habe ich noch drin Ihr könnt rauskommen, ne? Schönes Wetter, Freunde Und wir gehen wieder Holz hacken Oh, ein neues Holzstöckchen Schön Mehr davon Davon würde ich gehen mehr haben Ja Mehr davon Weiter so Nicht aufhören jetzt Nicht aufhören jetzt Komm schon Gib mir mehr zum Kloppen Ich will kloppen Na Ob hier ein bisschen Zeug ist Das nehmen wir mit Äh Bewegen So Wollen wir aus dem Wehchen hier oder was? Wie viel bringt denn so ein gekochtes Ei eigentlich? Haben wir gar nicht getestet, ne? Hier steht jetzt ein Ei Drei Und wie viel Wann habt ihr denn alle her? Ich hoffe, ihr habt hier nicht mal ein Holz geklaut Ihr Pissenelken Habt den Affen verjagt Mal einmal hin So Komm schon Wir schmeißen jetzt mal ein Ei in die heiße Quelle und gucken mal Wie viel das bringt Wie viel das bringt Immer noch vier Ne, drei Jetzt vier Kriegen die Eier jetzt mehr als normale Eier Man weiß es nicht Viel mehr Viel mehr Ah, sieh mal Da ist Kai Hi Kai Hi Kai Lange nicht gesehen Hm Weißt du, wenn du hier ankommst Fühlt es sich endlich wie Sommer an Danke Popuri Ich werde das Strandcafé in zwei Tagen öffnen Also komm gerne vorbei Bis später Kai Aha Wer bist du denn? Hm, Hallöchen Ich kann mich nicht erinnern, dich hier letztes Jahr gesehen zu haben Ich bin Kai Schön, dich kennenzulernen Betreibe das kleine Café am Strand Wir haben nur im Sommer geöffnet Aber komm vorbei, wenn dir nach einem leckeren Snack ist Das ist natürlich nicht kostenlos Man muss immer das Eisen schmieden Solange es heiß ist, oder? Würde mich freuen, wenn du vorbeikommst Ja Goldhacke Dankeschön So Der Hammer muss noch ein bisschen Leider Äh Außerdem, ja, obwohl genug Geld Habe ich jetzt noch für den Hammer Wir könnten Wenn wir wollten Wollten würden Jetzt koche ich meine Eier Läuft genau dann läuft ein Kind vorbei Na super Ab in den Knast mit mir Geh weg mit deiner langen Nacht Das ist ja gruselig Dankeschön So Goldhacke Geil Mann Schachbrett fällt hier hin Du Kann ich direkt rausgehen in die Quelle Und nochmal neu starten Das muss flotter gehen Ich fühle mich so beobachtet Können sie mal weggehen Oder was ist los Ich habe auch echt noch nicht raus Wo ich die Angel herkriege Morgen müssen wir neue Felder bestellen So versuchen wir es nochmal Geldtraben haben wir Glück Kröten da Dazubekommen ist Dankeschön Das war ein Witz Das war gut Alter Man soll ja auch irgendwelche besonderen Sachen finden können Besondere Steine oder sowas Oder wie gesagt Ich würde jetzt einfach mal noch hier ein bisschen rumkloppen Wir müssen den Hammer ja auch upgraden Hier mal vorankommen Ja man Jetzt so viel Du sollst kloppen Es geht hier um Leben Und Tod Eigentlich nicht Aber egal Die drei machen wir noch Das sag ich dir Da kommt es jetzt nicht drum rum So Wir sind bei 35 Minuten Wir machen hier einen Cut Meine Lieben Ihr kennt das ganze Lasst ein bisschen Liebe da Däumchen hoch Kommentieren Abonnieren Hier einfach mal smashen Und damit supportet ihr mich ein bisschen Ich bedanke mich für eure Hilfe Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Bis dahin Ciao Bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.